Es ist wirklich fatal, wie gering das Bewusstsein für Vitamin D bzw. Vitamin D-Mangel in der Bevölkerung ist. Selbst manche Ärzte halten ja die Supplementierung von Vitamin D für unnötig. Und das ist eine Entwicklung, die aus meiner Sicht wirklich bedenklich ist. Und bei mir gehen da alle Alarmglocken an. Denn Vitamin D-Mangel kann deine Gesundheit ruinieren und insbesondere sieben Krankheiten begünstigen. Wer es heute schafft, nicht unter einem Vitamin D-Mangel zu leiden, der gehört ja schon zur absoluten Minderheit und darf sich glücklich schätzen. Auch wenn heute mittlerweile einiges an Aufklärung betrieben wird, ist das insgesamt aber auch nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Die Grippe bzw. Erkältung hat ihre Hochkonjunktur zwischen den Monaten November und etwa Februar, März. Erwachsene trifft es durchschnittlich 2-4 Mal pro Jahr, Kinder dagegen aber sogar bis zu 10 Mal. In 9 von 10 Fällen sind dabei Viren die Auslöser. Momentan kennen wir schon über 200 verschiedene Virenarten. Und es kommen mit dem Stand der Forschung auch immer neue Virenarten dazu. Unter anderem auch die besonders gefährlichen multiresistenten Viren auch. Wir kennen das von den Keimen, aber genauso gut sind auch die Viren multiresistent. Und das wäre zum größten Teil alles ganz einfach vermeidbar. Denn ist das Zufall? Lass es mich so erklären. Die Halbwertszeit von Vitamin D im Blut beträgt nur 3 Wochen. Die Halbwertszeit ist übrigens der Zeitraum, in dem die Hälfte einer Substanz zerfällt. Diese Vitamin D-Form heißt auch 25-Hydroxy-Vitamin-D. Und das ist genau der Vitamin D-Wert, der auch immer gemessen wird. Mit anderen Worten, wenn kein neues Vitamin D nachkommt, wenn du nicht supplementierst, dann wirst du nach 3 Wochen nur noch die Hälfte vom Vitamin D in dir haben. Und das sieht verdammt nach einem Mangel aus. Ende November also, wenn nicht mehr viel von der Sonne zu sehen ist, kannst du ziemlich sicher davon ausgehen, dass du einen massiven Vitamin D-Mangel hast. Denn dann trägst du nur noch, und das im besten Fall, die Hälfte vom Vitamin D-Gehalt Anfang November in dir. Aber wie gesagt, auch nur dann, wenn deine Vitamin D-Speicher Anfang November wirklich gut gefüllt waren. Und hier sind wir auch schon beim nächsten Problem. Denn die Wahrscheinlichkeit hierfür ist nicht unbedingt sehr hoch. Cremst du dich im Sommer mit einem Sonnenschutz ein, wenn du rausgehst? Dein gesundheitlicher Gedanke ist hier ja absolut löblich. Die Öffentlichkeit, die verbreitet ja auch immer wieder, dass man das tun soll, sich eincremen, sich schützen. Allerdings, was man dabei nicht bedenkt, du machst es dem Vitamin D damit nahezu unmöglich, in deinen Körper einzudringen. Laut US-Studien hat sich jetzt gezeigt, dass schon ab einem Lichtschutzfaktor 8 die Aufnahme von Vitamin D in den Körper massiv blockiert wird. Dieses Problem wäre ja vielleicht noch kompensierbar, wenn wir nicht am falschen Fleckchen Erde leben würden. Also am falschen Fleck, rein aus Vitamin D-Sicht. Denn zwischen den Monaten Oktober und auch März, in diesem Zeitraum steht die Sonne einfach nicht hoch genug, damit die Strahlung stark genug ist, damit unser Körper selbstständig Vitamin D herstellen kann. Denn unser Körper ist ja grundsätzlich bei den richtigen Rahmenbedingungen in der Lage, aus Cholesterin das Hormon Vitamin D am Ende dann die aktive Form Vitamin D3 herzustellen. Kennst du eigentlich schon den Vitamin D-Schatten-Test? Stell dich einfach mal mit dem Rücken zur Sonne und schau, wie lang dein Schatten wird. Wird dein Schatten länger als du selbst groß bist? Dann wird das nichts mit der körpereigenen Vitamin D-Produktion. Denn dann steht die Sonne nicht hoch genug. Wenn dein Schatten allerdings kürzer ist als du selbst, dann hast du gute Chancen. Es gibt bestimmte Personengruppen, die ein besonders hohes Risiko haben, an einem Vitamin D-Mangel zu erkranken. Hör also gut zu und schau, ob auch du zu diesen Personengruppen gehörst. Zunächst mal haben wir die älteren Leute. Denn bei ihnen bildet der Körper bis zu 65% weniger körpereigenes Vitamin D. Problematisch für die Vitamin D-Aufnahme ist ein zu hoher Lichtschutzfaktor. Wir haben ja eben schon gesehen, dass ab einem Lichtschutzfaktor von 8 schon die Vitamin D-Aufnahme deutlich gedrosselt wird. Bei einem Lichtschutzfaktor 20 oder größer kannst du dann schon mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass nichts mehr in deinem Körper ankommt. Besonders gefährdet sind auch Menschen mit dunkler Hautfarbe. Denn sie haben einen besonders hohen Bedarf. Sie sind auch deshalb 71 Mal häufiger von Vitamin D-Mangel betroffen. Ich fände es daher besonders interessant, wenn wir mal eine Gruppe von Einwanderern, dunkelhäutigen Einwanderern nehmen würden, die heute nach Deutschland kommt und diese über einen längeren Zeitraum oder selbst nur ein Jahr beobachten, was ihren Vitamin D-Spiegel betrifft. Denn die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass diese Gruppe nach einem Jahr spätestens einen deutlichen Vitamin D-Mangel hat. Und zwar noch stärker, als das bei hellhäutigen Leuten der Fall ist. Denn bei ihnen ist die besondere Situation, sie kommen aus einem Land, wo sie noch relativ gut mit Sonne versorgt sind und haben schon dort vermutlich Probleme, ihren Vitamin D-Spiegel zu decken und kommen jetzt in ein Land, wo eine viel geringere Sonneneinstrahlung herrscht und die Wahrscheinlichkeit für Vitamin D-Mangel exorbitant ansteigt. Allen dunkelhäutigen Einwanderern müssten wir neben einem Integrationsprogramm eigentlich auch erstmal in allererster Linie ein Vitamin D-Programm verordnen. Ein weiterer großer Vitamin D-Gegner ist die Bekleidung. Ich finde es immer wieder unheimlich schade, wenn ich sehe, es gibt so viele Personen, die draußen arbeiten, wo sie ja eine gerade im Sommer wunderbare Möglichkeit haben, einiges, ganz große Mengen an Vitamin D aufzunehmen bzw. selbst herzustellen. Dann sind diese Leute aber leider aufgrund irgendwelcher Gesetze gezwungen, teilweise lange Arbeitskleidung zu tragen. Ich denke dann nur an die Reinigungskräfte wie beispielsweise Müllmänner oder andere Reinigungskräfte und das ist einfach unheimlich schade. Vitamin D-Mangel steht leider auch in direktem Zusammenhang mit zahlreichen Erkrankungen und allen voran unseren Zivilisationskrankheiten. Das zeigen auch immer mehr Studien, beispielsweise Insulinresistenz mit der Folge Typ 2 Diabetes, Fettleber, Bluthochdruck und dann haben wir praktisch auch schon einen ganz großen Bereich vom metabolischen Syndrom abgedeckt. Weitere Erkrankungen sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des Gehirns wie beispielsweise Demenz, aber auch Allergien, Autoimmunerkrankungen, eine ganz große und komplexe Palette und natürlich der Krebs. Schon eine winzige Menge Vitamin D3 pro Tag könnte so vielen Menschen großes Leid ersparen. Achtung, aufpassen solltest du auch bei den Wechselwirkungen und zwar insbesondere, wenn du Blutdrucksenker, Cholesterinsenker und auch Osteoporose-Medikamente nimmst. Damit du genau weißt, wie hoch dein Vitamin-D-Spiegel ist und ob du eventuell von einem Vitamin-D-Mangel betroffen bist, empfehle ich dir unbedingt einen Test zu machen. Eine andere Möglichkeit hast du nicht, um es wirklich definitiv genau zu wissen. Falls dein Arzt das anders sieht, bei ihm kannst du nämlich einen Test machen, falls er das anders sieht, dann mach den Test einfach selbst. Die gibt es im Internet und die kosten dann auch nicht mehr wie beim Arzt. Und falls dein Arzt wirklich dagegen ist, dann solltest du dir vielleicht auch noch überlegen, gleich den Arzt zu wechseln. Was deinen Vitamin-D-Gehalt betrifft, da solltest du schauen, dass du mindestens 60 Nanogramm pro Milliliter erreichst. Eine ganz aktuelle Studie hat gezeigt, dass eine höhere Dosierung, sie hat hier 80 Nanogramm pro Milliliter untersucht, dass dies vorteilhaft ist. Also im besten Fall kommst du dann eben auf 80 Nanogramm pro Milliliter. Was die Einnahme betrifft, da orientiere ich mich bei der Dosierung immer an etwa 50 bis 60 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht. Also in meinem Fall sind das dann um die 4000 Einheiten pro Tag und da solltest du schon gucken, dass du das auch einnimmst. Das passt sowieso ganz gut, denn die meisten Präparate, die ermöglichen eine Einnahme von 5000 Einheiten mit einer Dosis. Also bei mir beispielsweise, ich nehme das Ganze hochdosiert in Tropfenform. Hier brauche ich nur einen einzigen Tropfen und habe dann 5000 Einheiten. Klicke jetzt hier und schau dir dieses Video an über dieses Getränk, das deine Arterien von Ablagerungen befreit.